Eine sehr nachdenkenswerte Geschichte habe ich entdeckt. Ich erzähle sie dir gerade. Am frühen Morgen kam ich in der großen Stadt an. Es war kalt und ein leichter Schnee lag um den Bahnhof. Etwas Befremdliches fiel mir sofort auf. Alle hatten schwere Mäntel, dicke Handschuhe, aber trugen keine Schuhe. Komisch, dachte ich, erkundigte mich nach meinem Hotel und stieg in die Straßenbahn. Da sah ich es wieder. Niemand trug Schuhe. Auch im Hotel nicht. Der Liftboy, der Portier, beide barfuß. Da wurde ich neugierig und fragte, warum trägt denn keiner in dieser Stadt Schuhe? Na ja, sagte der Hotelier, warum eigentlich nicht, frage ich mich auch. Glaubt ihr nicht an Schuhe? An Schuhe glauben, sagte er leicht verärgert. Selbstverständlich glauben wir an Schuhe. Das ist der erste Artikel unseres Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Schuhe. Jedes Kind lernt das auswendig. Schuhe sind unentbehrlich. Ohne Schuhe kommt niemand aus. Die Füße würden erfrieren. Ohne Schuhe wäre das Leben ja unerträglich. Aber warum tragen sie dann keine Schuhe? Fragte ich ganz verwirrt. Ach, sagte er wehmütig. Das ist es eben. Warum eigentlich nicht? Später beim Essen lernte ich jemand kennen, der bot mir an, eine kleine Stadtführung zu machen. Gegenüber dem Hotel lag ein großes Gebäude. Er zeigte stolz darauf und sagte, das ist eins unserer schönsten und berühmtesten Schuhhäuser. Ach, sagte ich. Werden da Schuhe gemacht? Na ja, eigentlich nein, sagte er etwas verlegen. Der Leiter ist ein sehr begabter Schuhanpreiser. Jede Woche redet er über Schuhe und warum man sie tragen sollte. Neulich hat er einen so genialen Vortrag über Schuhe gehalten. Die Leute waren zu Tränen gerührt. Es war ergreifend. Gerade in diesem Augenblick bogen wir in eine kleine Gasse ein. Ich sah im Keller einen alten Mann, der Schuhe machte. Ich entschuldigte mich. Einen Moment lief in den Laden und fragte den Inhaber, wie das komme, dass niemand Schuhe bei ihm kaufe. Niemand möchte Schuhe tragen, sagte er. Die reden nur davon. Ich kaufte schnell ein Paar, ging wieder hinaus zu meinem Begleiter und sagte, hier haben Sie Schuhe. Ziehen Sie sie gleich an. Sie werden nie mehr ohne gehen wollen. Er schaute mich ziemlich entsetzt an. Vielen Dank, sagte er. Aber sie verstehen uns nicht. Wissen Sie, das tut man hier eben nicht. Aber warum nicht, schrie ich, um Himmels Willen, warum denn nicht? Ach, sagte er mit einem verlegenen Lächeln. Ach ja, warum? Das ist es eben. Warum tun wir es nicht? Im Nachtgebet heute bete ich darum, dass wir es tun, den Glauben anziehen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar. Dämmel